Yo, hey liebe Family, was geht? Ich bin gerade auf dem Weg zum Montagstraining, nämlich zu den Größeren. Die Kids müssen jetzt gerade Schluss haben und ab jetzt beginnt das Training ab 12, glaube ich, oder ab 14. Bin auch nicht genau sicher. Auf jeden Fall viel Spaß mit dir. Die Kids müssen jetzt erst mal ein bisschen warten. Ja, macht man einen großen Kreis? Nein, dies. Die Kids müssen jetzt erst mal ein bisschen warten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.